Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei unserem unbekannten Projekt, wer es noch keinen Namen hat. Der aber vielleicht irgendwann noch kommt, wenn ihr Namensvorschläge habt, bitte gerne mal in die Comments, ne? Ja, haha, haha. Ähm, ja. Wir haben jetzt die Batterie gefunden, wir haben die Batterie jetzt da drin. Natürlich ist auch die Lena wieder dabei und die Vivi. Pika, Pika! Hallo! Äh, so, wir müssen jetzt Strom erzeugen. Willst du auf die andere Seite gehen? Warte mal, wir gucken erstmal nach der Lena. Und ich hab immer noch Schnupfen! Äh, wo bist du denn? Ich häng hier rum, dummdi-dum, schon seit Ewigkeiten. Nein! Weil da oben ist noch ne Batterie! Und ich will sie nicht kampflos aufgeben. Oder? Wo hängst du? Ach, da hängst du! Ich hing da die ganze Zeit. Da oben ist die Batterie und ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Aua. Äh... Ich versuche, die Batterie wieder reinzukriegen. Ich wollte ein bisschen mehr reinschieben. Äh, ich glaube, ich weiß, wie. Wie denn? Wie? Moment. Hi. Äh, ja. Lena, komm mal bitte her. Moment, ich versuche, halt irgendwie da hochzukommen. Ne, komm mal zu mir bitte. Das musst du bitte gesehen haben. Wo bist du denn? Äh, da wo du gerade warst, links, äh, da wo, hinter den Vasen. Hey, Bibi, komm mal mit. Hallo, Lena. Komm mal mit. Ich hab ein Problem, ich bin mal gut auf dem. Nein. Ach, Bibi, wir sind super. Wir sind mega. Da kommt man ja gar nicht mehr hoch, ist der Scheiße. Ihr müsst, bitte, ihr müsst es euch ansehen. Ja, dann bleib mal da. Wir brauchen noch ein bisschen, bis wir da hochkommen. Ich bewege mich hier nicht weg. Wir versuchen, zu dir zu kommen. Also wie gesagt, ja, jetzt seh ich euch und jetzt müsst ihr links hinter euch. auf den Balken da springen. Und soll ich dann da hochziehen? Ja. Äh, guck in die falsche Richtung. Ich seh dich. So. Alles klar, was ist das denn? Ähm, ja, ist gemütlich, ne? Ja, voll. Kommst du? Seh dich nicht. Bibi, guck mal in das Regal. Bibi, wo bist du? Wo bist du? Bibi, hier. Das ist egal, wo seid ihr? Hier oben. Hier oben. Hier. Siehst du mich? Wie seid ihr da hochgekommen? Ja, links hinter dir ist ein Balken, wo du hochklettern kannst. Genau, Arme hochreißen und hochklettern. Arme hoch. Überspringen und hoch. Losrennen, hochklettern. Andersrum. In deinem Rücken jetzt. Rücken. Hier, genau. Und jetzt Arme hoch, losrennen, hüpfen. Und hüpfen. Und hochklettern. Runterfallen lassen. So, und jetzt hier schräg rüberhüpfen. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, hierher. Yay. Guck mal da ins Regal. Äh. Okay. Hi. Hi, hüpfen. Erst mal hier rauskommt. Wie hast du das denn geschafft? Will auf. Ich bin hier hoch. Hab mich hier hochgezogen. Hab ich gemerkt, okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Dann hab ich losgelassen und bin dann irgendwie da reingefallen. Will auch. Ich weiß wie. Lena. Warte. Nein. Okay, nicht. Hä, was machst du denn jetzt mit der Einrichtung? Ähm. Oh, kann man die Gläser runterschmeißen? Ist ja cool. Ja. Ich weiß auch wie gern. Da drüben ist ne Batterie, ne? Ja, ich bin fast dort. Ey, cool. Wie hast denn das geschafft? Ich bin einfach da, ähm, dann hoch. Ne, jetzt ernsthaft, da kann man auf die andere Seite einfach rüber. Oh, ne, ne? Und ich mach mir die ganze Zeit voll. Was ist so? Oh, ich bin unten. Also jetzt haben wir zwei Batterien, ne? Sehe ich ja richtig. So, wir haben zwei Batterien und ich muss pinkeln. Sehr gut. Das sehe ich auch richtig. So, Batterie ist da. Dann muss die Batterie dann noch richtig rein. Ja, ist losgelassen. So. Dann müssen wir jetzt Strom erzeugen. Ist die richtig drin? Das werden wir sehen, wenn wir sie aufladen. So, einmal für meinen Stolz bin ich jetzt auch mal auf die andere Seite gekommen. Oder auch nicht. Vielleicht solltest du auch mitarbeiten. Bin unterwegs. Uh, G-Rownimo. Aua, ah, 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 uh. Nein, ich will den Hebel haben. Okay. Hi, ich bin runtergechampt. So, was soll man machen? Oh, was hast du denn da? Die müssen die aufladen. Die Batterie ist aber nicht richtig drin. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich die da reinkriegen soll. Gehst du sie raus? Oh, toll. Ich hab sie drin. Okay, Alter. Okay, Lena, du musst da stehen bleiben. Und wenn die voll ist, musst du die rausziehen. Okay. Mann. Hab ich sie? Ich weiß nicht, ob ich die Batterie habe. Nein. Warte. Alter, der hat, der, jetzt halt das doch mal fest. Uh, hu. Ich bin dabei. Nein, nicht du. Wegen meinem Lebkuchenkopf sehe ich überhaupt nicht, ob die voll ist oder nicht. So, ey, kacke. Ich jetzt auch nicht. Hm. Darf vielleicht nur einer drehen? Warte mal, dreh du nur mal die. Ne, weh. Ne, du machst die leer. Ich glaube, du machst die leer. Andersrum drehen vielleicht? Andere Richtung? Ja, dreh. Weil ich sieh die Voltanzeige nicht hochgehen. Vorhin ging's hoch. So in die. Die, nein. Ich will, ich will's festhalten und nicht weggehen. Na. Da war der Relic da war richtig. Das ist anstrengend. Alter. Ja. Zieh hoch. Ja, was sind du die jetzt reingekriegt? Reingelegt halt. Okay. Hä? Jetzt, 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 jetzt. Sie ist voll, sie ist voll. Zieh raus, zieh raus. Ich muss sie packen. So, hab sie. Nein, jetzt ist sie wieder leer. Hä? Nein, so oft. Ganz soft. Ah, vielleicht muss sie da drin bleiben. Und die andere muss dann vorne auch. Das kann, das. Kann sein. Ah, steck dich da jetzt rein. Warte mal. Ich geh mal kurz da hinten was gucken, ja? Ich nehm mal kurz die Batterie. Ne, wir brauchen zwei volle Batterien. Aber wie bleiben die voll? Weil du, da hinten brauchen wir zwei Batterien an dem Lift. So. Batterie ist wieder drin. Geht es nicht so, wenn wir die, äh, den Strom da erzeugt haben. Dann fehlt uns ja aber theoretisch eine Batterie. Hä? Ist merkwürdig. Hä? Wie kann man denn Strom... Jetzt ist sie wieder voll. Dreh mal weiter. Jetzt hat's ein Geräusch gemacht. Vielleicht ist sie jetzt fertig. Und zieh mal raus. Moment. Hallo. Nimmst du jetzt mal die Batterie, Männchen? Ich drehe mal so lang weiter. Ja, drehe mal weiter, bis ich sie raus habe. Nein. Na? Batterie wählen da nicht rein? Jetzt ist sie voll, ja. Ah, okay. Da muss ein Geräusch kommen und dann... Dann muss ich die Batterie... Okay. Ups, jetzt hab ich sie fallen lassen. Ich doof, Reini. Ich geh mal kurz pinkeln, ja? Ja, ich trage so lang die Batterie rüber. Bis gleich. Wo muss denn die Batterie... Wo muss die Batterie eigentlich hin? Darüber. Okay. Aua, 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 aua. Das tat weh, das tat weh. Aua, aua, aua. So. Auf ein neues. Auf ein neues, genau. So. Batterie ist drin, hier drüben. Aber die Map sieht schon richtig geil aus, wenn ich mir die jetzt mal so angucke. Hat was. Echt cool. Irgendwie so... So von den Wolken, vom Hintergrund, der so mystisch ist. Ja. Voll cool, auf jeden Fall. So. Batterie drin? Die will nicht rein. Was hast du so toll gemacht, Lena? Dann dreh du mal. So, bist du drüber? Oh Gott. Ne, ich muss hier anders daneben. So, jetzt. Batterie ist drin. Bin wieder da. Das klingt aber schnell. Bibi, ein genauer Drehm mit deinem Kopf, das ist cool. Nehmen wir mal das da. So, hallo. Bin wieder da. So, ein Schädel. So. Alter, das ist echt ein bisschen mühselig. Das ist anstrengend. Oh, Jörg. Aber, wir schaffen das. Das ist stolz. Oh. Wie viel noch? Mir wird von meiner eigenen Kameraführung schlecht. Oh. Wir haben es geschafft. Das war das Geräusch. Mal rausholen, während wir noch drehen. Oh. Sie ist voll. Sehr gut. Alles klar. Auf geht's zum Fahrstuhl. Auf geht's. Ah, mein Knie. Äh. Wie ist er eigentlich die O-... Ja, jetzt. Ah, Lena. Aua. Ah, du bist so schwer. Hey. Au. Au. Was machst du denn? Du hältst mich fest? Bibi. Bibi. So. Also, einer muss unten drücken und einer muss hier oben drücken. Ja. Ja, wir müssen gleich anmachen, genau. Warte. So. Schieben. Ich gehe nach unten. Also, ich drücke noch nicht. Oh Gott, ich bin jetzt beinahe. Wie wem? Ja. Komm in den Fahrstuhl. Ich bin immer noch bezogen, die Batterie reinzukriegen. Komm in den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl, der macht. Pika, Pika. Ich bin auch noch mitfahren. Ich drücke auf den Knopf. So, ich lasse los. Was ist los? Nichts passiert. Äh, du musst, glaube ich. Ah, okay. Oh, schön. Ah, wunderschön. Oh, schön. Speichert. Yay, wir haben wieder gespeichert. Sehr gut. Und da ist wieder ein Knopf. Ja, wir können wieder runterfahren. So. Ich guck mal, reicht's ob wir da irgendwie noch? Das ist links. Äh, dann eben links. Von mir aus war es grad weg. Wo geht's denn hier unten? Hier unten geht's auch noch weiter. Huch. Ja. What the fuck? Oh mein Gott, wir sind's. Hexenhaus, Hexenhaus. Ja, da kommt die Hexe raus. Hä, was ist das hier unten? Was ist wo? Wie, wo, was? Der, wie, was? Der, wie, das? Oh Gott. Was ist unser nächstes Rätsel? Ähm. Ich hab ein Minus und ein Pluspol gefunden. Und was auch immer. Oder diese Seile. Lethias Pro Gamer ist wieder unterwegs. Kommst du hoch? Okay, du musst, glaube ich, hier oben hin. Ah, ich versuch's. Ich schaff das. Meine Hände sind total schwitzig, aber ich schaff das. Ich glaub, wir brauchen beide Seile hier. Ach, mein Herz. Hier ist ein riesig, kann man nicht... Dann dräng ich ein Seil mal mit hoch. Und dann das nächste. Ich hab's geschafft. Natürlich hier oben geht nicht auf. Was ist das denn hier oben alles? Ah, okay, warte mal. So, das blaue Seil, mittler, ne? Blau Seil? Wo ist hier ein Blau Seil? Ach, da sind Blau Seil. Nehme ich. Ja, nehm ich. Ich muss das hier irgendwie aufstellen. Bleib mal stehen. Ich schmeiß' ja erstmal alle Stühle um. Und einen Stuhl nehm' ich gleich mit. Sehr gut. So. Hä? Ich hab hier nur zwei Punkte. Ach, jetzt. So, dann steck' ich das doch mal da rein, oder? Genau. Ja. Wo? So, dann nehm' wir... Das Blaue musst du in das Blaue da stecken. Äh. Krieg das Kabel da nicht in die Hand. Äh. Wo lauf' ich eigentlich hin? So. Steck drin. Was? Noch? Vivian! Hast du wieder rausgezogen? Oh, Liko! Ich hab' rausgezogen. Hast du wieder rausgezogen? Mein schönes Blaues Kabel. So. Steck' wieder drin. So. Jetzt musst du irgendwie mit dem Kabel hier hinten hinkommen. Mit dem Blauen? Ja. Ähm. Dann schiebt das... Ich glaub' wir müssen da dran. Wir müssen da hin. Wir haben einen Magneten und was da oben ist metallig. Okay. Jetzt haben wir das... Jetzt schieben wir das Ding hier da. Hey! Wow, Leute! Oh nein. Okay, also ist jetzt passiert. Hä? Was ist das Kabel? Das Blaue Kabel ist rausgegangen. Aber hier war aber eben noch ein rotes. Ja, jetzt kommt's gleich wieder. So, das Blaue Kabel steckt wieder rein. Auf der anderen Seite muss auch wieder rein. Da unten ist es auch wieder weg. Ich hängern irgendetwas. Ach, jetzt. Äh, Schirronimo! So. Oh mein Gott. Ernsthaft? Wir sollen uns an diesem Kabel irgendwie festhalten? Und dann? Ja, weiß ich nicht. Wir können jetzt hier schwingen. Ich schwinge! Ach, du Heilige. Und dann da rüber. Wie soll das denn funktionieren? Das weiß ich noch nicht. Hä? Warte mal, sind wir hier nicht einfach auf der Rückseite des Hauses? Ne, warte mal. Von da sind wir da... Ich geh mal runter. Ich guck mal kurz. Ah! Na toll. Ich bin auch unten. Ach, hi. Ich bin auch unten. Geh einer mal hinten rechts rum. Ich geh mal hier nochmal durchs Haus. Vielleicht haben wir ja wieder irgendwas übersehen. Mit Sicherheit. Da ist der Fahrstuhl. Okay, ich bin jetzt mit am Haus. Da ist nix. Ich komme gerade von der anderen Seite. Ich bin wieder durchs Fenster rein. Watschel, watschel, watschel. So. Wuff, wuff, wuff. Hier hinten auf meiner Seite ist auch nix. Ja, jetzt haben... Was ist mit der Tür hier? Ich schlafe mal links. Die Richtung geht es auch nicht auf. Und die geht auch nicht. Dann haben wir das Ding jetzt aufgemacht, ne? So. Also wer sich fragt, wo ich bin, ich schwinge gerade außenrum. Hey, Vivian. Hey. Watschel, watschel. So, aber die Tür geht auch nicht auf hier oben, ne? Ja, ich bin oben. Ich habe es rüber geschafft. Hier geht es weiter. Bei mir. Ja, ziemlich spät. Hier. Hier. Da, wo bist du denn? Da, wo die WW ist. Da, wo ihr hochklettert. Oh nein. Wir müssen uns echt darüber schwingen. Äh, ich habe es so gemacht, dass ich einfach die Arme nach oben gerissen habe und, äh, rechts rüber, also von euch aus rechts einfach gelaufen bin und gesprungen bin. Du bist rechts gelaufen und dann irgendwie gesprungen? Also hier rüber gesprungen direkt. Achso, direkt oder ohne Seil? Ja. Und jetzt? Nein. Wow. Ähm, okay. Äh, vielleicht solltest du, solltest du auch an den Balken hier springen. Eventuell. Hä? Hat doch so gut geklappt mit dem Hochklettern nach dem Netz. Journey, whoa! Nein! Was? Äh, das könnte ich nicht dauern. Ich bin so... Hä, was für ein Balken meinst du denn? Ja, rechts. Dieser Balken, der dunkelbraune da. Ja, dran springen und dann rüberhangeln oder was? Ja, da habe ich mich rübergehangelt. Falt mich ein, Flach. Du kannst erst mal Anlauf nehmen. Du kannst nicht mehr Anlauf nehmen. Habe ich doch gemacht. Diese Folge wird eine sehr spannende Folge, meine Damen und Herren. Ich demonstriere das mal. Du Angeber, ich hoffe, du fällst runter. Entschuldigung. Alles gut. Oh, jetzt halte ich mich selber am Rücken fest. Das klingt so wie so ein Kupferz an der Kure. Mein Kopf hat krass so stark, komisch gewackelt. So, mäh. Äh, wow. Ich bin schon wieder runtergefallen. Nein. Ach du, auch schön. Äh, ich komme mal runter. Pass mal auf. Äh, lol. Hat jemand die Minuten im Auge? 20 Minuten. Äh, da könnten wir eigentlich eine Folge mal beenden. Pünktlich. Äh. Theoretisch könnten wir das mal machen. Okay. Aber ich komme jetzt erst mal hoch. Okay. Bleib mal da stehen, Vivian. Wir versuchen jetzt, wir versuchen jetzt mal eine, wir begrüßen ihn mal. Hi. Hallo. Hallo. Oh, Vivian, das kommt. Nein. Lass uns in Ruhe. Okay. Und damit auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.